Moin, nachdem ich euch in unserem bereits veröffentlichten Highlight Cut die Neuerungen und Besonderheiten von AIDA Cosma vorgestellt habe, dreht sich in diesem Video alles rund um die Kulinarik an Bord. AIDA Cosma bietet ganze 17 Restaurants, sodass ihr einiges zu tun haben werdet, wenn ihr alle kulinarischen Genüsse während eurer Kreuzfahrt ausprobieren wollt. Damit ihr vorab eine bessere Orientierung habt, stelle ich euch in diesem Video alle Restaurants vor und zeige euch natürlich, was es dort so zu essen gibt. Los geht es mit dem brandneuen Beach House. Dieses Restaurant gibt es tatsächlich nur auf AIDA Cosma, weshalb ihr euch im Bestfall schon vorab über MyAIDA einen Tisch reservieren solltet. Kulinarisch erwartet euch hier eine sogenannte sommerlich angehauchte Crossover Küche. An einem kleinen Buffet könnt ihr euch an leckeren Salaten und kleineren Vorspeisen bedienen und auch selbstgemachtes Eis gibt es für das Dessert. Die anderen Gänge bestellt ihr ganz bequem aus einer Karte und euch erwarten ausgefallene Gerichte. Vor allem die Ochsenbäckchen sollen ein Highlight sein. Wir hatten während unserer Reise den Burger und die Thai-Suppe ausprobiert, die auch sehr gut geschmeckt hatten. Einen Besuch können wir euch hier sehr ans Herz legen, auch weil das Ambiente in dem Restaurant vergleichsweise ruhig und familiär gehalten ist. Der zweite kulinarische Neuzugang an Bord von AIDA Cosma ist das Ristorante Mamma Mia. Hier verrät es schon der Name, denn hier könnt ihr italienische Köstlichkeiten wie hausgemachte Pasta, Lasagne oder diverse Pizzen genießen. Das Ambiente erinnert ein bisschen an eine Trattoria und das Restaurant hat zumeist zum Mittag als auch zum Abendessen an Bord geöffnet. Es sollte also durchaus möglich sein, sich auch noch an Bord dann einen Tisch reservieren zu können. Weiter geht es nun erst einmal mit den Klassikern an Bord, die AIDA seit jeher ausmachen und das sind natürlich die Buffet-Restaurants. Auch auf AIDA Cosma gibt es einige davon und die möchten wir euch natürlich auch vorstellen. Zunächst geht es ins Bella Donna Restaurant. Auch hier gibt es Pizza, Pasta, Fleisch und Fischgerichte aus Bella Italia für euch. Das Restaurant ist schön und gemütlich angelegt, bietet allerdings keine Außenbereiche zum Sitzen. Ihr könnt hier zumeist zu allen Mahlzeiten speisen, wobei die Angebote zum Mittag als auch zum Abendessen quasi identisch sind. Das nächste Restaurant im Bunde ist das Markt-Restaurant und das ist gleichzeitig auch der Klassiker auf jedem AIDA-Schiff. Zudem ist das Markt eines der beliebtesten AIDA-Restaurants, da es quasi für fast jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Vor allem aber typisch deutsche Gerichte wie Rouladen, Gulasch oder auch Schweinebraten finden sich hier mitsamt süßer Nachspeisen. Ähnlich geht es dann im Yachtclub-Restaurant zu. Hier gibt es immer mal einen Themenabend mit individueller, landestypischer Küche. Besonders gut finden wir aber vor allem den Außenbereich des Restaurants, sodass ihr in den wärmeren Zielgebieten auch unter der Sonne essen könnt. Beim Frühstück bieten im Übrigen alle drei Restaurants ja ein identisches Angebot, sodass es quasi egal ist, in welches der drei vorgestellten Buffet-Restaurants ihr gehen solltet. Da es überall einen guten Mix aus herzhaften und süßen Speisen gibt. Müsli, Früchte und frische Eierspeisen bekommt ihr ebenso für den perfekten Start in den Urlaubstag. Wenn ihr jedoch lieber die asiatische Küche liebt, dann wäre das East-Restaurant ein guter Anlaufpunkt für euch. Hier könnt ihr am Buffet aus einer Auswahl asiatischer Gerichte wählen und es gibt auch süße Speisen wie beispielsweise süße Sushi für euren Nachtisch. Wir mögen vor allem die ruhige Atmosphäre im East-Restaurant, da es hier meist deutlich leerer ist als in den anderen Buffet-Restaurants. Ein Mix aus Buffet und à la carte Restaurant bietet hingegen das Spezialitäten-Restaurant Oceans. Hier gibt es ein kleines Buffet mit Salaten, Fischbrötchen und Desserts und in der Karte könnt ihr dann die Hauptgerichte bestellen, die euch dann natürlich an dem Platz geliefert werden. Ja, das Essensangebot dreht sich hauptsächlich um Speisen aus den Weltmeeren. Die Gerichte sind in diesem Restaurant inklusive, einzig die Getränke müssen bezahlt werden. Als Alternative zum Fisch gibt es jedoch auch, ja, Sachen wie Pasta oder Schweinebauch. Wir hatten unter anderem während unserer Reise die Gambas, im Knuspermantel und das Lachsfilet probiert und fanden beides ziemlich lecker. Eines unserer Lieblingsrestaurants an Bord der AIDA-Schiffe ist das French Kiss. Hier könnt ihr kulinarisch Frankreich bereisen. Es erwarten euch viele tolle Speisen, leckeres, ofenwarmes Baguette und unzählige verführerische Nachspeisen. Für uns ist ein Besuch immer wieder Pflicht während einer AIDA-Reise und im Übrigen könnt ihr im French Kiss auch am Nachmittag ein paar leckere Baguettes und Torten essen. Diese sind wie das Abendessen im Reisepreis inklusive. Lediglich die Getränke müssen bezahlt werden, wenn ihr kein passendes Getränkepaket gebucht habt. Deftig geht es hingegen im Brauhaus zu. Hier erwarten euch zur Mittagszeit ein kleines Buffet und am Abend könnt ihr die Klassiker wie Schnitzel, Schweinshaxe oder auch Gulasch aus der Karte auswählen. Die Bedienung erfolgt dann am Platz und wer mag, kann auch ein direkt an Bord gebrautes Bier genießen. Die Speisen sind hier ebenfalls inklusive und die Getränke müssen dann bezahlt werden. Nun schauen wir aber noch einmal in einem weiteren Buffet-Restaurant vorbei, denn es geht in das Familienrestaurant Faux Ego. Hier geht es ja meist etwas tuliger und lauter zur Sache. Vor allem Kids und Familien sind hier häufig zu Gast, da es viele Speisen für jüngere Geschmäcker wie Pizza, Nuggets, Burger, Pommes oder auch Fischstäbchen gibt. Natürlich gibt es aber auch Salate oder das allseits beliebte Soft Ice aus der Selbstzapfmaschine, die es tatsächlich nur in diesem Restaurant an Bord gibt. Ebenfalls bei den jüngeren Gästen beliebt ist das Best Burgers at Sea. Hier könnt ihr euch aus einer Auswahl an Burgern euren Favoriten auswählen, den ihr dann mit Pommes und einem Coleslaw-Salat genießen könnt. Die Burger sind allesamt im Reisepreis inklusive, die Getränke müssen hingegen wieder bezahlt werden. Während unserer Reise hatten uns die Burger leider nicht so richtig umgehauen, aber das ist am Ende ja wie immer Geschmackssache und kann dann auch von Reise zu Reise sich ändern. Weiter geht nun unser kulinarischer Streifzug an Bord von Aida Cosma in Richtung der Bezahlrestaurants. Zunächst nehmen wir euch mit in das Steakhouse, die Churrascaria. Hier werden vorrangig südamerikanische Grillspezialitäten gegen Aufpreis angeboten. Steaks, Fisch oder an bestimmten Abenden auch ein typisches brasilianisches Rodizio stehen hier also auf dem Speiseplan. Das Ambiente gefällt uns hier sehr gut und wenn ihr das Buffalo Steakhouse der älteren Aida-Schiffe mochtet, wird euch die Churrascaria auf alle Fälle auch gefallen, auch wenn wir manche Gerichte vergleichsweise sehr hochpreisig angesetzt empfunden hatten. Das Glanzstück bei den Restaurants ist auch an Bord von Aida Cosma das Gourmet-Restaurant Rossini. Hier gibt es täglich wechselnde Menüs mit leckeren Gerichten in einem entspannten Ambiente für Feinschmecker. Wir haben es bisher immer sehr genossen und den Aufpreis für die Menüs auch gern gezahlt. Wir würden euch daher empfehlen, zumindest einmal während der Reise, beispielsweise für einen besonderen Abend, im Rossini vorbeizuschauen. Meist habt ihr zudem die Auswahl zwischen einem 3- oder 6-Gang-Menü. Ein Restauranttipp für Familien wäre zudem die kulinarische Zeitreise in der Time Machine. Diese ist quasi ein Mix aus einem kleinen Theaterstück in Verbindung mit einem 3-Gang-Menü. Aktuell zahlt ihr als Erwachsener für das Menü 24,90 Euro, was dann auch die Getränke beinhaltet. Von der Qualität des Essens kann die Time Machine allerdings nicht ganz mit dem Steakhouse oder dem Rossini mithalten. Nichtsdestotrotz ist es für Familien und mit jüngeren Kids eine Empfehlung wert. Ihr habt hier im Übrigen auch die Wahl zwischen drei Menüs, einem Fisch, einem Fleisch und einem vegetarischen Menü. Jetzt geht es noch einmal nach Fernost. Sowohl das Sushi House als auch das Asia Pot Restaurant sind zwei weitere Aufpreis-Restaurants an Bord von Aida Cosma. Während das Sushi House vermutlich keine Erklärung benötigt, ist das Hot Pot Restaurant schon etwas außergewöhnlicher. Hier bereitet ihr eure Speisen selber in einer heißen Brühe zu. Von einem Buffet bedient ihr euch dann zusätzlich an einer Auswahl an Beilagen und könnt einen entspannten Abend verbringen, der durchaus eineinhalb bis zwei Stunden in Anspruch nehmen kann. Und ein kleiner Tipp noch, besonders das Frosen-Joghurt-Dessert fanden wir sehr lecker, was dann nochmal das Menü abgerundet hat. Im Teppanyaki-Grill nur wenige Meter weiter steht dann hingegen die Live-Show-Küche im Mittelpunkt. Hier seht ihr den Koch ja sprichwörtlich über die Schulter bei der Zubereitung eurer Gerichte und könnt euch so euer Menü individuell zusammenstellen. Der Unterhaltungswert ist absolut gegeben und wir fanden die Gerichte bisher immer sehr lecker und hatten spaßige Abende mit anderen Gästen. Wenn ihr jedoch lieber einen kleinen Snack zwischendurch an Bord genießen wollt, solltet ihr unbedingt auf der Streetfood-Meile vorbeischauen. Hier gibt es zum einen die Currywurst, belegte Brote und Sandwiches sowie süße Teile bei Brot und Stulle und natürlich den Döner. Currywurst und Döner gibt es quasi ab Mittag bis Mitternacht und alle Speisen auf der Streetfood-Meile sind im Reisepreis inklusive. Zum Abschluss noch ein kleiner Geheimtipp. Auf dem Außendeck des Brauhauses gibt es den Barbecue-Grill, den gar nicht so viele Gäste kennen. Dieser hat nicht ganz so häufig geöffnet, an Seetagen bei schönem Wetter soll er allerdings meist offen sein, bietet leckere Grill- und herzhafte Gerichte, die ihr dann natürlich unter der Sonne an der frischen Luft genießen könnt. Auch hier gilt das Motto, Speisen sind inklusive und die Getränke müssen bezahlt werden. Wir waren sehr, sehr positiv überrascht und können das kleine Restaurant sehr empfehlen. Wer dann jetzt noch immer nicht gesättigt ist, der sollte mal bei der Eisbar vorbeischauen. Hier warten rund 20 hausgemachte Eissorten auf euch und vor allem die Croissant-Waffel ist eine echt leckere Empfehlung, aber auch eine ganz schöne Kalorienbombe. Aber ihr habt ja Urlaub und danach könnt ihr auch noch abnehmen. Im Übrigen sind auch Torten in der Eisbar verfügbar und wenn ihr am Nachmittag mal Hunger auf ein Stück Torte oder Kuchen habt, könnt ihr diese dort kostenfrei erhalten. Das Eis sowie die Kaffeespezialitäten sind hingegen aufpreispflichtig. Ich hoffe, euch hat der kleine kulinarische Ausflug auf AIDA Cosma gefallen und vielleicht habt ihr ja euren ganz eigenen Favoriten von den Restaurants, den ihr mir sehr gerne in den Kommentaren mitteilen könnt. Für mehr Informationen rund um AIDA Cosma verlinke ich euch ja auf der Endcard unser Highlight-Video zum Schiff sowie die Vlog-Reihe rund um unsere Taufreise mit AIDA Cosma von Hamburg bis Palma de Mallorca. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bis zu einem unserer nächsten Videos hier auf Kreuzfahrt Trend TV.